Um es mal auf den Punkt zu bringen. Der Physik rennt die Zeit davon. Das Standardmodell der Teilchiffshysik konnte zwar immer weiter perfektioniert werden, dennoch treten die Forschungsteams in diesem Bereich seit Jahren mehr oder weniger auf der Stelle. Neue spektakuläre Entdeckungen bleiben aus. Beispielsweise sind die sogenannte dunkle Energie und dunkle Materie weiterhin so rätselhaft wie eh und je. Doch das soll sich jetzt ändern und zwar mit dem neuen Phaser-Experiment des CERN. Leichte, extrem schwach wechselwirkende Teilchen, die man bisher vielleicht übersehen hatte, sollen so nämlich aufgespürt werden. Lösen wir damit jetzt endlich die zahlreichen ungelösten Rätsel der Physik? Alles zu dem neuen Experiment jetzt bei Clixoom Science & Fiction. Hier gibt's täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Dieses Phänomen macht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit der physikalischen Grundlagenforschung beschäftigen, wirklich total verrückt. Die Rede ist von der sogenannten dunklen Materie, die Licht weder aussendet noch reflektiert. Sie ist unsichtbar und noch nie hat sie irgendjemand direkt gesehen oder nachweisen können. Doch obwohl sie nicht direkt sichtbar ist, macht sich dunkle Materie indirekt eben schon bemerkbar. Und zwar durch ihre Schwerkraft. Die ganze Galaxien um sich gruppiert und die auseinanderfliegen würden, wenn es die dunkle Materie nicht gäbe. Den gängigen Theorien zufolge ist dunkle Materie also durch ihre Wirkung als eine Art Klebstoff dafür verantwortlich, dass wir überhaupt existieren. Denn sie hat nach dem Urknall dafür gesorgt, dass sich normale Materie überhaupt zu Galaxien und Sternen verdichten konnte. Mit dunkler Materie in Verbindung gebracht werden dunkle Photonen. Gemeint sind damit quasi die Doppelgänger normaler Lichtteilchen. Und diese dunklen Photonen endlich aufzuspüren ist der Traum vieler Physik-Teams. Und der könnte vielleicht schon bald in Erfüllung gehen und zwar mit Hilfe eines neuen Experiments. Die Forschungskommission der Europäischen Organisation für Kernforschung, CERN, hat jetzt das Go gegeben. Konkret sollen mit Hilfe des sogenannten Phaser-Experiments leichte, extrem schwach wechselwirkende Teilchen aufgespürt werden, die der Forschung bisher im wahrsten Sinne des Wortes durch die Lappen gegangen sind. Phaser steht hier übrigens für Forward Search Experiment. Die Fachleute sind sehr optimistisch, so endlich die heiß ersehnten Neuentdeckungen zu machen, die die vier Hauptdetektoren des Large Hadron Colliders LHC möglicherweise einfach nicht erkennen können. Denn es könnte gut möglich sein, dass die gesuchten Teilchen wie eben die dunklen Photonen einfach so aus den Detektoren entlang des LHC entweichen und so eben bislang unentdeckt blieben. Konkret soll der Phaser-Detektor 480 Meter vom Atlas-Detektor entfernt seinen Platz finden. Hiermit hatte man am CERN das Higgs-Boson nachweisen können. Der Plan des CERNs ist clever. Der Phaser-Detektor soll immer dann aktiv sein, wenn das Atlas-Experiment läuft. Denn die Wissenschaftsteams gehen davon aus, dass die neun bislang unentdeckten Teilchen dann entstehen, wenn die Protonenstrahlen den Interaktionspunkt des Atlas-Instruments passieren. Die Protonenstrahlen werden dabei durch Magnete auf eine geschwungene Bahn gelenkt. Leicht, nur sehr schwach wechselwirkende Teilchen würden ihre Flugbahn aber in gerader Linie einfach fortsetzen. Zudem gehen die Forschungsteams davon aus, dass die neun Teilchen nur wenig gestreut werden. Der Phaser-Detektor könnte sie dann also registrieren. Das Instrument soll laut Planen einen Durchmesser von rund einem Meter haben und dabei nur etwa fünf Meter lang werden. Im Vergleich zum Atlas-Instrument also ein echt kompaktes Ding. Die anderen Experimente des CERNs sollen von dem Bau des Phaser-Experiments aber nicht gestört werden. Das Instrument soll deswegen in der gerade stattfindenden Wartungspause des LHC gebaut werden. Um Kosten zu sparen und den Bau zügig zu Ende zu bringen, sollen laut Plan Ersatzteile verwendet werden. Diese werden von den Atlas- und LHC-B-Experimenten bereitgestellt. Schon ab 2021 sollen dann Daten gesammelt werden und das zwei Jahre lang. Und das ist langfristig gesehen auch nur der Anfang. Ab 2024 soll dann nämlich der größere Phaser-2-Detektor installiert werden. Dieser könnte die Entdeckung weiterer noch unbekannter Teilchen möglich machen. Klar ist jedenfalls, dass der weltgrößte Teilchenbeschleuniger LHC in Genf die Physik weit nach vorne gebracht hat, unter anderem 2012 durch den Nachweis des Higgs-Bosons. Doch seitdem verlief die Suche nach neuen Teilchen weitestgehend erfolglos. Das Phaser-Experiment ist ein neuer Versuch, endlich Kandidaten für die äußerst mysteriöse dunkle Materie oder aber supersymmetrische Teilchen aufzuspüren. Dazu CERN-Mitarbeiter Eckhardt Elsen. Das Phaser-Experiment ist eine gute Möglichkeit der Physik außerhalb des Standardmodells auf die Schliche zu kommen. Ich freue mich, dass das so effizient umgesetzt wird. Quantenphysik, die Grundlagen von Dr. Watson. Draufklicken, anschauen und abonnieren. Bis dann, bleibt dran!